Das gefällt mir viel besser. Das ist viel, viel besser. Das ist so gut, dass sie das endlich gemacht haben. LOL! Das heißt ja, Snipen wird dann ein richtiger Skillshot. Das ist ja krass. Geil! What the fuck? Aber das ist ja krass. Das ist ja wie ein neues Spiel lernen. Das nenne ich Langzeitmotivation. Viele brauchen für Langzeitmotivation irgendwie ein Grind oder sowas. Ich brauche motivierendes Gameplay, wo ich ein Skillshealing habe, was quasi bis in die Unendlichkeit reicht. Dass ich mich immer weiter verbessern kann in dem Spiel, ist für mich Motivation genug. Und hier ist das auf jeden Fall damit deutlich erhöht worden. Das ist richtig geil. Das feiere ich. So, nun ist es wieder soweit. Ich habe jetzt noch nicht gesehen. Wir haben zwei Videos. Wir haben einmal die Design Goals für Spielmechaniken und das neue Prestigesystem von Hans Showdown. Prestige machen wir zuerst, weil das älter ist. Das geht ja auch nicht lang. Das andere geht auch nicht lang. Aber wir gucken mal weiter, was bei Hans Showdown der Fall ist. Übrigens beim letzten Video ist mir aufgefallen, dass mal wieder passiert ist, dass Leute immer alles wörtlich nehmen und auch die Witze. Leute, schnallt auch mal bitte zwischendurch, dass der Papa auch einfach manchmal einen Witz macht und nicht alles wortwörtlich meint. Dann habt ihr auch nicht so viele Probleme, meinen Content richtig zu verstehen. Das geht jetzt nicht an eine bestimmte Person, sondern an mehrere. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Hans Showdown-Community noch weniger Spaß versteht und noch weniger Kritik abkann als Call of Duty-Spieler. und die Blöße solltet ihr euch wirklich nicht geben, wenn ihr Hand mögt. Ich liebe Hand, aber man muss trotzdem auch einfach über ein Spiel mal diskutieren können. Das wollte ich nur vorher noch sagen. Jetzt schauen wir mal rein, wie das neue Prestigesystem ausgeht. Ich bin ja gerade dabei, erst zu prestigen. Übrigens, ne, die Leute haben schon gleich wieder gesagt, dass er auf jeden Fall den noch stabileren Bart hat und da würde ich ihm recht geben. Ich verstehe nur nicht, warum man das hier oben abmacht. Vollständig würde er noch krasser sein, aber jeder muss natürlich seinen eigenen Fashion-Weg finden. Sehr schön. Na, gucken wir mal. Hunter Recruitment hatten sie ja schon letztes Mal ein bisschen gezeigt. Ich muss sagen, das ist wirklich eine richtig geile Änderung. Es gibt jetzt einfach Gratis-Hunter, die kommen halt mit einer Waffe, mit einer Random-Waffe und wenig oder keinen Perks und du kannst dir einen Hunter mit Perks holen und dann ist auch egal welcher. Es gibt keine Legendary mehr, es gibt nur noch Skins und es gibt diese ganzen Standard-Skins und es gibt die guten Skins, die man sich irgendwann mal gekauft hat und so und es gibt Leute, also Marco zum Beispiel, mit dem ich ja öfter spiele, der spielt immer den gleichen Gratis-Hunter. Also immer wenn der irgendwie kommt, sichert er sich den in seine vielfältigen Plätze und immer wenn er stirbt, nimmt er den wieder, weil er den am besten findet. Den kann man aber so vorher nicht auswählen. Jetzt kann er ihn einfach immer auswählen. Das heißt, er muss nicht 400 Hunter irgendwie speichern, sondern er kann den einfach jederzeit einfach neu kaufen, wann immer er möchte und das finde ich zum Beispiel richtig, richtig gut. They are all now referred to simply as Hunters and have been assigned Rarities based on the method of acquiring them and their visual styling. Also wenn ich das richtig verstanden habe, das System. Aber alle kommen mit drei Traits. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Mythic irgendwie bessere Traits kriegen. Vielleicht geht er da ja nochmal drauf ein. Skins available for sale via Blood Bonds are also being price adjusted according to Rarity with some of the more basic looking skins receiving discounts. Our intention is to help better reflect the actual visual quality and scarcity of all cosmetics. 19 Hunters can now be unlocked via Bloodline and Prestige Progression. 10 such Hunters are earned in the Bloodline over your first 100 ranks and 9 Hunters are reserved for Prestige Rewards. These Hunters are no longer named randomly but are defined characters with set identities and backstories. Cool. All unlocked Hunters are recruited in the same way. A fixed cost of 100 Hunt dollars each with a randomized set of three traits and no predefined equipment. Once unlocked, all Hunters remain recruitable regardless of new Prestige Progression. Okay, cool. Also das lässt sich beim Prestigen nicht zurück. Auch sehr schön zu wissen. In future updates, some of these Hunters which are designated as Rookies will have their own additional Progression with Survivor and Veteran versions. These more advanced stages are not yet ready for release with the August launch. Alongside these recruitment changes, we are also updating the graphics of several Hunters with a focus on our new Hair and Fur shaders in CryEngine 5.11. Randomly named Free Hunters are still available but with limited contraband equipment and a single trait assigned. They come with a variety of basic weapons and essential equipment. Their limited loadouts can be supplemented or replaced as you see fit through Hunt Dollar Purchasing or from your collected inventory. Also wenn ich das richtig gesehen habe, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber es gibt jetzt genau zwei verschiedene Skins, die Gratis-Hunter sind, das heißt, du kannst sie sogar direkt erkennen. Also konnte man jetzt auch, wenn man die alle kannte, die ganzen Models, aber es scheint wohl so zu sein, dass du jetzt entweder den Hutmann oder die Frau spielst und der Rest ist in die Kauf-Kategorie gewandert, also In-Game-Kauf. Er spielt das Geld. Ja. Saving your soul in a round of soul Survivor now moves your surviving Hunter directly to your active roster with a temporary extra Hunter slot added for you if needed. Ah, okay. Going forward, custom ammo does not need to be unlocked through weapon experience. Oh, danke. Das ist das Schlimmste beim Prestigen, dass du die ganze Special Money nicht hast. ...available with base weapon types as you begin playing. With our new action fly-out menu it is possible to quickly check on unlock progress for each weapon family with a simple right-click and selecting progression from the sidebar. Only weapon variants require unlocking through weapon experience in this new economy. The action fly-out menu helps streamline equipping your Hunters, applying your favorite cosmetic skins, and keeping a good overview of your arsenal progress. Jetzt bin ich gespannt. In addition to the Hunters added to Prestige, we are reassigning the rewards players could earn from Trials to the Prestige track, including both weapon cosmetics and blood bonds. This gives the Prestige experience more tangible rewards with a milestone every five ranks. Most notably, the mysterious John Victor from the Hunt-Tutorial is becoming a playable Hunterskin and an additional Prestige 100 reward alongside the Centenary Mosin. Okay, die geht's also weiterhin. Für Spieler, die haben bereits Prestige-Levels, alle Rewards added to the track are granted retroactively, so there is no reason to wait for the launch to advance your progress. Das ist natürlich auch cool, also man muss jetzt nicht warten, bis das neue System kommt, du kannst einfach losprestigen. We hope you enjoyed this preview of Hunter-Reviewing and the short look at new progression goals. We'll be back soon with more game mechanics and balancing changes coming with our August launch. Keep an eye out for more videos and social channel updates. Yeah, also da muss ich sagen, das war jetzt so gut wie alles positiv, würde ich jetzt mal meinen. Also alles, was sie hier an Änderung gesagt haben, klingt sehr, sehr gut. Das Freischalten der Hunter, wie das neue Auswahlsystem funktioniert. Auch das hier finde ich ganz geil, dass es zwei Versionen jetzt immer von denen gibt. Survivors und Veterans. Kannst du dann hier gucken, so sieht er normal aus. So sieht er dann als Veteran aus. Das ist cool. finde ich persönlich. Und wie gesagt, also Prestige klingt auch besser als vorher. Finde ich spitze. Achso, und das mit der Special Money fand ich natürlich auch sehr gut, ne? Dass du jetzt nicht mehr immer wieder die ganze Special Money freispielen willst. Die ist so stark mittlerweile, die Spezial Money, dass es meistens schon kaum einen Grund gibt, ohne zu spielen. Und dann soll sie auch einfach jeder haben. Sonst bist du halt einfach zu sehr im Nachteil. Das war früher nicht so krass, weil früher konntest du mit normaler Money genauso gut spielen. Es gab gar nicht so viele Waffen, die alle Special Money hatten oder die guten Special Money alle hatten. Mittlerweile muss man halt sagen, gibt es einfach Munitionstypen, die einfach sehr, sehr stark sind. Und es ist halt blöd, wenn man die dann nicht hat. Also man kann natürlich auch so spielen, aber fair ist es nicht. So, und jetzt gucken wir uns noch die Design Goals an. Das ist, glaube ich, noch interessanter. Alles, was irgendwie gameplay-related ist. Was ist das so? Hallo, ich bin Dennis Schwartz, Design Director für Hunt Shardin. Heute werden wir über unsere Design Goals für einige der subtlischen und substanthischen Game Mechaniken, die mit unserem August-Launch verändern. Wir werden auf Trait-Changes, reduzieren Stele-Mates und Veränderungen zu unserer Gunplay-Formula. Okay. Let's start easy. Wir bringen back Witness... Was ist das eigentlich für einen geilen Pin hier? Habt ihr gesehen? Er hat eine Kettenpistole. Sonsten scheiße, spielt man nicht. Oh, neuer Trait, Witness. Witness as a regular Trait for everyone to equip in the menu for five upgrade points. Witness allows you to see nearby dead Hunters and recently deceased Monsters in Darkseid. We are reorganizing the existing Trait Categories for a more interesting mix of Traits and how players can acquire them. No longer are there only regular and burn Traits. Instead, some Traits will get the burn or Scars attributes or both. Scars Traits can only be found in the world and cannot be equipped from the menu with upgrade points. Shadow and the returning Shadow Leap are both examples of Scars Traits that are not burn Traits and remain on your Hunter until you Oh, der Shadow Leap kommt zurück. Den findet man jetzt so in der Welt. Das ist der Teleport-Skill. Der war geil. You are defeated or fail to extract safely. Übrigens, das finde ich halt richtig geil, ne? Wenn du solche Traits jetzt auch in der Welt findest, dann hast du ja noch mehr Grund zu versuchen, dass dein Hunter auch überlebt. Shadow Leap has been adjusted to no longer work for leaping into Meatheads as a balancing note. Most of our existing burn Traits are now both burn and Scars Traits keeping them consistent with how they worked so far. Rare to find and short-lived, being consumed after they fulfilled their special purpose. However, we have adjusted some of their stack sizes. For example, you can now only keep a single instance of Death Cheat on your Hunter at a time, while Remedy, Relentless and Rampage can still be held up to three times each. Krass. Also Balance einfach von den Traits ist sehr wichtig. This leads us to our first newly modified Trait. Oh, jetzt geht's los. Okay. Das ist natürlich die Frage, was machen sie mit Necromancer? Man muss natürlich sagen, Necromancer ist einfach so ein Pflicht-Trait. Also als Solo ist er ein Pflicht-Trait und also ich, ne, das machen nicht alle, aber wenn ich zum Beispiel mit Falki und Markus spiele, wenn man keinen Necromancer mitnimmt, dann bist du schon verpönt im Team. Er ist einfach so stark und so nützlich, den nicht mitzunehmen ist einfach dämlich. So oft kannst du deinen Mate noch holen, wenn dein zweiter Mate irgendwie die ablenkt kurz und dann kann er denen den Rücken fallen, wo du sonst niemals so ohne weiteres hinkommen würdest, gerade wenn man ein bisschen aggressiver spielt. Klar werden Leute sagen, man braucht den nicht, aber er ist halt einfach verdammt stark. So und Solos, klar, also als Solo den nicht mitzunehmen heißt, wenn du in irgendeine scheiß Falle reinläufst oder irgendwie durch irgendeinen blöden Unfall stirbst, allein schon, ist die Runde für dich vorbei. Also ist Necromancer Pflicht. So und dann hast du natürlich auch immer noch Resilience, ist eigentlich auch Pflicht, damit du beim Aufstehen wieder volles Leben hast. Als Solo sowieso. In der Gruppe eigentlich auch. So und das sind immer die ersten beiden Traits, die ich nehme. Man hat eigentlich nie Auswahl am Anfang, also weil das eigentlich meine beiden Pflicht Traits sind, Resilience und Necromancer, dann guck mal, was man noch über hat am Punkten. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das einfach irgendwie besser wird. Necromancer. Necromancer ist now a single-use Burn-Trait with a stack size of one, which costs four Upgrade Points. Alter, okay, das ist krass. Das ist ja krass. Und du brauchst kein Resilience mehr. Du wirst jetzt mit vollem Leben revived, aber es ist ein Burn-Trait. Das heißt, du kannst ihn einmal benutzen und das war's. Damit ist er natürlich deutlich weniger stark. Und wenn ich das richtig verstehe, kannst du dich ja als Solo nur einmal dann aufheben. Aber dafür mit vollem Leben. Aber du brauchst am wenigst kein Resilience mehr als Solo. Das ist gut. Das heißt, wenigstens als Solo hat man mehr Auswahl. Und ob sich Necromancer jetzt lohnt oder nicht, in Teams ja. Man benutzt es im Regelfall eh nur einmal pro Match oder vielleicht zweimal mit zwei Leuten, die das jeder mitnehmen. Der dritte hat's dann auch nochmal. Ist irgendwie immer noch ein bisschen Pflicht-Skill, aber das gefällt mir schon deutlich besser. Das macht ihn deutlich unattraktiver. Na, für Teams eigentlich nicht und für Solos eigentlich auch nicht. Jeder würde es als Solo trotzdem mitnehmen. Für Solos ist er jetzt eigentlich fast stärker, außer dass du natürlich jetzt nicht viermal am Stück sterben darfst. Was ich sowieso immer dumm fand. Also das ist auf jeden Fall besser. Ist besser gebalanced. Die Solos können sich jetzt nicht mehr 40 Mal aufheben. Und du weißt, wenn ein Solo jetzt nochmal aufgestanden ist und du ihn dann gekillt hast, ist er auch weg. Das heißt, du hast nicht wieder dieses tausendmal aufstehen. So wie neulich in dem Video, was ich hochgeladen habe, wo der Typ da irgendwie fünfmal am Stück wieder aufsteht, weil es ihm alles scheißegal ist. Und man kann sie auch nicht mehr so runterspielen, ob nun bewusst oder unbewusst oder absichtlich oder nicht im Ranking. Das ist sehr, sehr gut. Ach, okay. Und also du verlierst auch keinen Balken mehr, wenn du aufstehst. Weil das ist ja die Balkenkoste, wenn du jemand anders aufsammelst, die auch weg ist. Also so haben sie es gebildet. Das gefällt mir viel besser. Das ist viel, viel besser. Das ist so gut, dass sie das endlich gemacht haben. So viele Solos spielen so YOLO und bolzen voll rein und stehen dann 40 mal auf im Gefecht, während du wieder mit etwas anderes beschäftigt bist. Also das gefällt mir richtig gut. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist eine der besten Änderungen, die sie bisher gezeigt haben. Achso, man kann jetzt früher noch sogar dann aufstehen. Aber das ist ja krass, wenn du dann mit vollem Leben aufstehst und vollen Balken hast du auch wirklich noch die Chance, was aus deinem eigenen Revive zu machen, aber es ist viel wichtiger, den richtigen Moment abzuwarten. Boah, das klingt richtig gut. Ich würde mir wünschen, dass sie das schon vorher reinpatchen, nur den Necromancer-Patch. Over the last year, we have introduced more ways for players to get back into the fight after being downed. These changes have had a positive impact overall, but have also introduced many points of frustration and contributed to stalemate situations. Having reflected on your feedback and the available data, we are making adjustments to burning and revive mechanics to reduce stalemates and bring more decisive closure to player versus player fights. The previously mentioned adjustments to Necromancer sit at the heart of this change in direction and are complemented by a much faster burn rate to fully burn out the downed hunter. Oh, okay. Man brennt jetzt also viel schneller ab. Das ist gut. Das heißt, es macht endlich wieder Druck. Okay, nice. Okay, nice. This is a deliberate change to reduce the two minutes of just waiting out the choke before making the next counter move in the fight. Smart, smart. Die Chokes haben halt so lange teilweise Ausgänge blockiert, dass es ewig gedauert hat, zwei Minuten, bis einer sich überhaupt wieder reingetraut hat. Jetzt geht es doppelt so schnell. Man merkt, sie wollen weg von diesen ewig langgezogenen stalemates, wo keiner was macht. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr nice. Controversies surrounding everything to do with reviving, restoring, burning, choking and generally stalling out the player versus player fights. Our core philosophy here is to provide Mechanics for capitalizing on the advantage of taking down one or two members of an opposing team but still have room for clutch counterplay and tactics to get your own team back in the fight without dragging out into overly long waiting games. Das ist genau der Punkt. Genau das, da müssen sie hin. Du musst wirklich die Möglichkeit haben, wenn du einen Hunter gekillt hast oder zwei natürlich, aber selbst einen, musst du einfach die Upper Hand haben. Da musst du einfach was draus machen können und du musst den Leuten eine Möglichkeit geben, ein gutes Counterplay zu machen, ein gutes Comeback zu machen oder eine Klatschsituation zu gewinnen und wieder zurückzukommen und das ohne dämliche, langgezogene, nervige Mechaniken. Vieles von dem, was ich in diesem anderen Video so kritisiert habe, was die Fights alle so ewig lang rauszieht und so, hat sich hier schon mit einigermaßen verbessert. Also je nachdem, welche Methoden sie da verwenden, um das etwas spannender zu machen. Sie müssen halt weg davon, dass die Leute halt ewig rumsitzen. Du musst die Leute aus der Reserve locken. Wenn dein Mate angeschossen oder gestorben ist, dann müssen alle reagieren und nicht ewig noch irgendwie rumeiern. Das ist die Situation, in der es hektisch werden muss, finde ich. Da kommt die Action. Spätestens dann. As always, we ask you to keep an open mind to the changes und look forward to seeing how loadouts, tactics und fight times play out in a live environment, as well as survey opinions collected as we go forward. Spannend. Moving on to Gunplay Topics, we are happy to announce that Ascended Crosshair will be available as the default setting for new players. A lowered Crosshair option remains available for players who prefer or are more accustomed to that position. The lack of Ascended Crosshair has long been cited as a barrier to entry for players transitioning from other first-person shooters. Ich muss echt sagen, ich spiele jetzt ja nur schon lange Hand, aber ich werde meinen Crosshair auch wieder zentrieren. 100 Pro. Allerdings muss ich mal gucken, erhöht sich die Waffe dadurch. Ah, du hast nach oben dann ein größeres FOV. Und so hast du nach unten ein größeres FOV. Ist also gehüpft wie gesprungen. Ich persönlich bevorzuge wirklich, das zentriert zu haben. Sehr, sehr geil. Das ist eine Sache, die mich immer wieder nervt, wenn ich ein paar Wochen nicht gespielt habe und wieder reingehe, weil ich persönlich spiele viele Hardcore-Games, wo es gar kein Crosshair gibt und ich ziehe grundsätzlich mit der Mitte des Bildschirms, weil ich weiß, wo die ist. Also nicht mit einem Bildschirm-Crosshair oder so, braucht man nicht, finde ich, wenn man genug spielt, aber ich ziele immer mit der Mitte und das macht man unbewusst, manchmal bei einem Flick und du flickst dann aber zu tief, weil dein Crosshair natürlich nicht da ist, wo du glaubst, dass er ist in dem Moment, wenn du viele andere Spiele auch zwischen einem Spiel, das ist sehr, sehr nice. LOL! Bullet Drop? Das heißt ja, snipen wird ein richtiger Skillshot. Das ist ja krass. Das finde ich ja cool. Bullet Drop gibt es ja bisher nicht, es gibt Travel Time, aber es gibt kein Drop. Krasser Scheiß! Geil! Okay, jetzt gibt es kein Damage-Drop-Off mehr bei Headshots, dafür hast du einen Drop. Das ist krass. Das ist ja, oh Alter, da wird es aber richtig krasse Clips geben von Long-Range-Headshots, holy shit. What the fuck? Aber das ist ja krass. Aber feier ich. Ich finde, also, ne, ob du jetzt mit einer Pistole auf super Long-Range noch einen Headshot machen soll, das weiß ich nicht. Ich bin immer noch dafür, dass man bei Dual-Pistols zum Beispiel die Headshot-Range ganz kurz macht. Zehn Meter. Alles über zehn Meter hinaus ist bei Dual-Pistols einfach kein One-Shot-Headshot mehr. Fünf Meter eigentlich am besten noch, weil das sind halt Spam-Waffen. So, und wenn du rumspamst und du kannst eh nicht richtig ziehen mit denen und du triffst zufällig den Kopf, dann ist der Gegner tot, obwohl du einfach nur irgendwo hingeschossen hast. Ich hab das schon richtig oft selber gemacht und ich finde, das ist einfach keine gute Mechanik. Das zum Beispiel würde ich sagen, ne, es gibt so Waffen, da sollte man den One-Shot-Headshot einfach gar nicht haben. Aber, krasse Änderung, weil ich mag Bullet Drop. Klar, viel Battlefield gespielt, viel Battlefield sniping gespielt, ist es so ein Vergnügen, so einen Long-Range-Headshot zu nageln, wenn du genau weißt, wie hoch du halten musst und wie weit du vorhalten musst und es alles perfekt funktioniert und der Indie-Kugel reinläuft und dann verreckt. Mega. Oh, yeah. Das ist irgendwie nur das Spiel lernen. Das ist irgendwie nur das Spiel lernen. Geil, Lohmat. Geil, Lohmat. Das ist ja wirklich so, dass einiges jetzt deutlich mehr Methodik braucht, wie zum Beispiel das mit dem Necromancer. Und dass du halt deutlich mehr Skill wieder brauchst, um auch wirklich Leute zu treffen. Und das finde ich richtig geil. Alles, was das Skill-Gap wieder ein bisschen erhöht und das Skill-Sealing, das ist wirklich immer gut bei solchen Games. Es macht so viel mehr Spaß, wenn man lange und viel spielt, immer besser werden zu können. Wenn du die Waffen alle gemeistert hast irgendwann, dann hast du zwar immer noch eine gute Auswahl und es macht auch immer noch Spaß, aber es dauert jetzt noch viel länger, die ganzen verschiedenen Waffen zu perfektionieren, auf allen Ranges, die Drops alle zu kennen und so weiter. Das nenne ich Langzeit-Motivation. Viele brauchen für Langzeit-Motivation irgendwie einen Grind oder sowas. Ich brauche motivierendes Gameplay, wo ich ein Skill-Sealing habe, was quasi bis in die Unendlichkeit reicht. Dass ich mich immer weiter verbessern kann in dem Spiel, ist für mich Motivation genug. Und hier ist das auf jeden Fall damit deutlich erhöht worden. Das ist richtig geil. Das feiere ich. Also bisher, ich glaube, ich werde noch deutlich mehr Hand spielen. Ich meine, ich habe es jetzt sowieso in letzter Zeit erst richtig lieb gewonnen. Ich habe es zwar vorher immer gemocht, aber halt wenig gespielt. Mittlerweile spiele ich es ja sogar Solo und Prestige und so. Aber ich freue mich richtig auf die Zukunft von Hand. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Übrigens auch die neuen Haare sahen natürlich viel besser aus als diese alten Kackhaare. Etwas, was viele Spiele immer nicht hinkriegen. Vernünftig aussehende Haare. Aber das ist nice. Das sind nice Patches. Ich bin begeistert soweit. Die beiden Videos waren natürlich auch noch ein bisschen angenehmer als jetzt das mit dem Interface. Das Interface ist mir am Strich egal. Ja, man befindet sich nicht ewig im Menü. Aber ich hasse trotzdem diese Kacheln. Richtig viele Controllerspieler sagen mir, sie mögen das genauso wenig. Also ich frage mich immer, für wen sind diese Kacheln gemacht? Für Marketingleute. Damit sie ihre Verkaufssachen groß präsentieren können. Das ist der einzige Grund. Also meiner Meinung nach ist es der einzige Grund. Könnt ihr mir gerne beweisen, dass das nicht so ist.